Hallo zusammen, wenn du Online-Händler bist und den Lieferant suchst, der dein Produkt zur besten Qualität, besten Preis, mit der höchsten Sicherheit an dich liefert, das Video ist für dich. Jeder, der ein bisschen fortgeschritten ist, weiß, die Entscheidung, ob dein Produkt später Gewinn oder Verlust macht, das entscheidet sich schon genau im Einkauf. Deswegen zeige ich dir hier in diesem Video, wie ich die besten Lieferanten mit der höchsten Sicherheit suche. Und den ersten Punkt, über den ich heute gehe, der wird selbst die fortgeschrittenen Händler von euch überraschen. Also auf geht's ins Video und lass gleich ein Like da, wenn du solche Videos, wie du hier magst. Und kommen wir damit gleich zum ersten Punkt hier in dem Video und zur wichtigsten Antwort in dem Video. Wo suche ich selber nach Hersteller für Produktideen, die ich habe? Die Antwort ist alibaba.com. Das ist die große Suchmaschine, um Hersteller aus aller Welt für alle möglichen Produkte zu finden, springen wir mal eine ganze Weile zurück, als ich hier angefangen habe, online zu verkaufen. Das war buchstäblich in meiner Garage mit Computerteilen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich kann sicherlich mehr Geld verdienen, wenn ich bestimmte Teile direkt beim Hersteller kaufe. Und damals gab es alibaba.com nicht. Meine Lösung war, einmal im Jahr auf die größte Messe dafür gehen, das war die CeBIT in Hannover. Da kam ich dann direkt an Herstellerkontakte aus aller Welt. Suchen im Internet kommt nach wie vor nicht wirklich in Frage. Viele Hersteller-Webseiten sind einfach noch in Landessprache und da komme ich nicht weiter. Genauso wie Reisen in die Länder, wo solche Hersteller sind, ist eine gute Technik. Aber als ich selber angefangen habe, fehlte für mich für sowas definitiv die Zeit und das Geld. Eine Möglichkeit hast du noch, eine Beschaffungsagentur beauftragen. Die nehmen so 2.000, 3.000 Euro, um für dich einen Hersteller zu finden. Die greifen aber auch ganz häufig auf Alibaba zu. Also mach es doch selber. Und so sieht es aus. Angefangen mit einer Suchmaske. Da wirfst du die Produktidee rein, den Produktnamen und bekommst dann einen Haufen an Herstellern aus aller Welt angeboten. Oder du gehst über die Kategorien. Oder du benutzt die Seite, um selber Produktideen zu finden. Dazu kommen wir gleich hier in dem Video, aber zuerst zu dem, was wir jetzt hier sehen. Weil gerade wie ich das Video hier vorbereite, kommt Alibaba mit einer Aktion, dem Super September. Und falls du gerade in den Startlöchern stehst, bis zur Weihnachtssaison noch selber Online-Ware zu verkaufen, hör dir das an. Super September. Das bedeutet, Alibaba gibt dir eine 90-Tage-Tiefpreis-Garantie. Die garantieren tatsächlich den Preis, den du über die Webseite findest, bekommst du nicht unterboten. Du hast außerdem Anspruch auf bis zu 45 Dollar Neukundenrabatt, was dir direkt per PayPal geschickt wird. Und wenn du dann deine Bestellung abgibst, hast du eine erweiterte Geld-Zurück-Garantie von 60 Tagen. Außerdem kannst du hier in Livestreams Fabrikführungen angucken. Du siehst also direkt, wo und wie dein Produkt hergestellt wird. Außerdem haben viele Anbieter hier virtuelle Showrooms, wo du dein Produkt schon mal virtuell in die Hand nehmen und betrachten kannst aus allen Winkeln. Und es gibt ein Europa-Pavillon auf alibaba.com. Speziell für die europäischen Händler, speziell für die deutschen Händler. Weil dort kommen alle Produkte bereits mit allen nötigen Zertifikaten für den Weiterverkauf in Europa, in Deutschland. Was ich hier gerade so schnell aufgezählt habe, ist wirklich eine große Aktion, die einmal im Jahr stattfindet. Den Link dazu findest du hier unterm Video und da kannst du nochmal alles im Detail nachlesen und mehr von dem, was hier im Super-September alles an Extras geboten wird. Und der letzte Punkt, der ist viel zu wichtig, um den einfach nebenbei aufzuführen. Es sind tatsächlich über 1,5 Millionen verschiedene Produkte auf alibaba.com, die du jetzt durchforsten kannst. Die kommen bereits mit allen nötigen Produktzertifikaten, die es zum Verkauf in Deutschland braucht. Das ist für manche Produkte nicht so der Anspruch, aber bei allem zum Beispiel, was mit Lebensmitteln zu tun hat, woraus du Lebensmittel konsumierst, da wird zum Beispiel anspruchsvoller. Und das ist jetzt bereits eine wichtige Aufgabe und Verantwortung, die du schon abhaken kannst, weil bei den Produkten ist schon alles inklusive. Für die, die eigentlich noch gar nicht wissen, was sie verkaufen, hier ist ein Punkt für dich, Produktideen finden. Auf alibaba würdest du deine Suche starten, indem du einen Begriff eingibst oder ein Foto von dem Produkt drauf lädst, was du suchst. Auch darüber kannst du suchen. Wenn du aber noch gar keine Idee hast, dann kannst du hier in die Kategorien reingehen. Du siehst, da gibt es ganz verschiedene Verbraucherelektronik, Bekleidung, Heim und Garten. Heim und Garten finde ich zum Beispiel cool und dort ist auch nochmal alles sortiert, zum Beispiel nach Trendprodukte in dieser Nische. Das sind also recht neue Produkte, die sehen wir hier, die sich gerade auch sehr gut verkaufen. Das ist zum Beispiel so eine stapelbare Pizzaballenbox, da weiß ich gerade, die laufen momentan echt gut und das ist noch ein recht junges Produkt, wo man noch reingehen kann. Oder hier eine Schüssel mit Ausgießhilfe, auch recht innovativ. Oder was ist das? Eine Essschale für Kinder, aus der man wohl praktisch den Inhalt nicht vergießen kann. Gucken wir es genau an, klicken wir mal aufs Produkt. So sieht es also aus. Egal wie das Kind zugreift, es kriegt es nicht ausgeschüttet. Das kennt jeder von euch, der schon Kinder hatte. Die von euch, die noch nicht so weit sind, der Punkt wird noch kommen, an dem du so ein Produkt schätzen lernst. Also ziemlich cool, habe ich noch nirgendwo gesehen und solche Produkte gefallen mir natürlich immer. Jetzt bekommen wir hier ganz viele Detailbilder angezeigt. Wir bekommen schon mal den Preis und der ist gerade mal 42 Cent ab einer Bestellmenge von 100 Stück, also sehr günstig. Ich sage mal, im Verkaufspreis sehe ich sowas zwischen 10 und 15 Euro. Vielleicht kann man sogar gleich ein Zweierset anbieten und Richtung 20, 25 Euro gehen. Du siehst hier die Farben und du kannst den Anbieter hier gleich kontaktieren, um alles durchzusprechen. Produktsucheanleitung habe ich aber jede Menge hier auf diesem Kanal. Deswegen verlinke ich hinter dem Video mal Anleitungen, wie man Produktideen findet, habe ich jede Menge hier auf diesem YouTube-Kanal. Und eine davon verlinke ich mal nach dem Video. Falls das für dich interessant ist, schaust du dir noch an. Wir springen aber jetzt zum nächsten Punkt. Und der ist, wie finden wir den besten Lieferanten auf Alibaba? Und dafür haben wir einige Mittel zur Verfügung. Und dafür habe ich mal hier oben in die Suche Duftkerzen eingegeben. Sagen wir mal, wir suchen wirklich diese Luxus-Duftkerzen, die sich für so 20 bis 50 Euro verkaufen lassen. Und du siehst auch hier jede Menge Auswahl für unter 1 Euro. Absolut Wahnsinn, was in der Nische hier möglich ist. Jetzt aber die Frage, was ist der beste Lieferant dafür für uns? Und dafür haben wir hier links jede Menge Möglichkeiten, die Suche zu verfeinern. Und die wichtigsten Punkte, die sind gleich hier oben. Und das sind gleich zu Anfang Lieferanten mit dem Verified Supplier Siegel. Das heißt nämlich, dass Alibaba tatsächlich vor Ort beim Lieferanten war und hat geguckt, hat der Lieferant unter der Adresse tatsächlich sein Gebäude? Ist das auch wirklich eine Fabrik und nicht nur irgendein Großhändler? Und produzieren Sie auch tatsächlich den Artikel in Ihrer Fabrik, den Sie auf Alibaba anbieten? Deswegen ist das ein Muss, den ich immer anklicke. Und wenn ich den Haken setze, habe ich nämlich den Filter ausgewählt. Und dann sehen wir gleich, der Anbieter von dem Produkt ist Verified. Der ist Verified und der ist Verified. Und du siehst schon in der Schnellübersicht, wie viele Jahre ist der schon auf Alibaba? Der hier ist zwei Jahre, der hier ist fünf Jahre. Aus welchem Land kommt der? Und wie viele Bewertungen haben die und wie zufrieden sind die Kunden damit? Schon mal jede Menge wertvolle Informationen für deine Lieferantensuche. Kommen wir aber weiter zum nächsten Filter, den ich immer anklicken würde. Und das ist für die maximale Sicherheit die Alibaba Trade Assurance. Das ist ein Service, den Alibaba anbietet. Dann zahlt der Händler nämlich nicht direkt das Geld an den Hersteller, sondern zuerst an die Plattform, an Alibaba. Alibaba hält dein Geld fest, bis deine Ware produziert ist und in deinem Zielland eingetroffen ist, wo du sie überprüft hast. Und dann hast du Zeit, alles zu bestätigen. Und erst wenn das Okay von dir da ist, dann wird das Geld ausbezahlt an den Lieferanten. So hast du deine maximale Sicherheit, dass dein Geld sicher ist, bis du tatsächlich deine Ware wie erwartet erhalten hast. Und das kannst du einfach hier als Filter anklicken und dann siehst du automatisch nur noch Produkte von Lieferanten, die auch die Trade Assurance akzeptieren und darüber Bestellungen anbieten. Und das würde ich ganz sicher anklicken, weil wer gute Produkte herstellt, der wird den Dienst sicher immer akzeptieren. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, der sehr interessant ist für dich, speziell wenn du es eilig hast. Es gibt ein Filter für eine Stunde Antwortzeit. Wie genial ist das? Den klicke ich zwar nicht immer an, aber wenn du es wirklich eilig hast, klickst du den noch an und dann siehst du nur Lieferanten, die wirklich sehr schnell in den Antworten sind, damit du auch sehr schnell deine ersten Fragen beantwortet bekommen hast. Sehr, sehr cool. Du siehst hier noch jede Menge andere Dinge, wie zum Beispiel Mindestbestellung. Wenn dir die Stückzahl wichtig ist oder den Preis einschränken möchtest. Ein Profi-Tipp an der Stelle und das ist auch ein weiterer Filter für die Region. Das spielt nämlich eine große Rolle. Es gibt für verschiedene Länder verschiedene Zollsätze, wenn die Ware in Deutschland ankommt. Und es kann sein, dass für dein Produkt, wenn es aus China kommt, ein sehr hoher Zollsatz fällig ist, wie zum Beispiel Porzellan. Ich glaube, das ist so bei über 20 Prozent. Und nur gewechselt auf ein Land daneben kann den Zollsatz schon auf zwei Prozent runterbringen und massig Ersparnis für dich bedeuten. Oder du legst einfach Wert auf kürzeste Transportwege und Transportzeiten. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich möchte mein Produkt aus Polen oder nur Fabriken aus der Türkei sehen. Und in dem Fall setzt du auch Filter nach dem Land vom Hersteller. Den Punkt Zertifikat hatten wir eingangs schon angesprochen. Ich bin immer ein Freund von möglichst einfachen Produkten, wo du da keine hohe Verantwortung dran hast. Aber wenn du dich trotzdem für ein Produkt entscheidest, wo man in Deutschland erst mal gewisse Tests und Materialzusammensetzungen nachweisen muss, dann ist das wichtig. Und das möchtest du dir möglichst ersparen. Deswegen suchst du dir einen Hersteller, der bereits über alle nötigen Zertifikate verfügt. Und auch das kannst du schon bei der Herstellersuche einschränken. Auch das siehst du hier als Suchfilter schon direkt auf der Seite, wo du angeben kannst, ich möchte CE sehen oder das ROS-Zertifikat oder FSC, gerade bei Holzprodukten wichtig. Und jede Menge weitere Zertifikate für einzelne Produktnischen. Und du weißt automatisch, du bestellst sorgenfrei, wenn die Produkte in Deutschland ankommen, ist schon alles erledigt. Punkt 10, der letzte Punkt hier in meiner Liste, das ist der Testauftrag, den du machen solltest. Wenn du jetzt alles gesucht hast, wenn der Lieferant allen deinen Kriterien entspricht, jetzt ist die Zeit, ein Muster vorher zu bestellen. Vielleicht nicht nur bei einem Lieferant, vielleicht bei drei, vier, fünf Lieferanten. Und jetzt guckst du, wie ist das Produkt, wenn du es in deinen eigenen Händen hältst? Und wie ist die Abwicklung, wie einfach ist es, das Muster zu bestellen? Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Wie ist das Muster verpackt? Auch das sagt dann schon viel über deinen Lieferanten aus, was du nicht auf Fotos sehen kannst. Also hier mein Fazit, wie bestimmst du den besten Lieferanten für deine Produktidee? Ist es der mit dem billigsten Preis? Nein, auf keinen Fall. Das sind ein bisschen mehr Kriterien. Wer hat die Qualität, die du erwartest? Wer verfügt über alle Zertifikate? Wer ist flexibel? Vielleicht für deine Extrawünsche, zum Beispiel einfach deinen Markennamen aufzudrucken. Wer hat die besten Produktionszeiten? Und vor allen Dingen, wer hat die beste Kommunikation? Auch ganz, ganz wichtig, wie leicht war es dem Lieferanten zu erklären, was dein Produkt alles haben soll. Wie schnell kam dann die Antwort? Wie schnell kam denn der Preis mit Angabe von Versandkosten dabei? Alles Punkte, die den perfekten Lieferanten für dich ausmachen und deswegen ist es nicht nur der Preis, wenn es ein paar Cent teurer ist, aber der Rest stimmt, wird das so ein großer Vorteil für dich sein. Hier kommen wir aber noch zu den zwei Bonustipps, auf jeden Fall, was du immer machen solltest, bevor die Ware dann schließlich fertig ist, aber nachdem sie produziert wurde, die Quality Inspection. Schick einen Trupp zu deinem Lieferanten, der unabhängig prüft, ob alles hergestellt wurde, wie du es erwartet hast. Ja, ich verstehe, du hast vielleicht die Trade Assurance benutzt, aber was hilft das, wenn das Produkt nach ein, zwei Monaten dann endlich in Deutschland ist und erst dann siehst du, dass irgendwas nicht stimmt? Du willst die Zeit sparen, also lass gleich zählen. Ist die Menge korrekt? Ist es korrekt verpackt, dass es auch den langen Seeweg übersteht? Solche Prüfkontrolleure haben einen großen Katalog, was sie bei jedem Produkt alles durchgehen. Sehr viel Erfahrung, vielleicht auch an Dinge, die du gar nicht selber denkst. Deswegen lohnt sich das und auch die kannst du schon finden über Alibaba und das recht günstig. Deswegen größte Empfehlung dafür. Und Tipp Nummer zwei, seh deinen Lieferanten und speziell den Ansprechpartner, den du da hast, nicht nur als Verkäufer, als jemanden, den du schnell eine Nachricht schickst, was der Preis, wie lange dauert, sondern versuch eine persönliche Beziehung aufzubauen. Und mindestens dann, wenn du dich für ihn entschieden hast und auch das Produkt da bestellst, erzähl so ein bisschen, frag ihn ein bisschen, wer er ist, ob er Familie hat, wo er eigentlich wohnt, was er so macht und erzähl das Gleiche über dich. Mach ihn zu deinem Freund, denn dein Lieferant ist genauso an deinem Erfolg interessiert wie du selber. Wenn du viel verkaufst, kann auch der Lieferant an dich viel verkaufen. Und wenn dein Geschäft wächst, wächst sein Geschäft auch mit, deswegen verfolgt er sowieso die gleichen Interessen. Und wenn du deinen Verkäufer bei deinem Lieferant zu deinem besten Freund gemacht hast, dann kannst du davon erwarten, dass du vielleicht sogar Extrapreise bekommst, dass er deinen Produktionsauftrag vorzieht und schneller da ist. Er wird penibel darauf achten, dass du die beste Qualität bekommst. Und natürlich seine Tipps, vielleicht sieht er, was für ein Produkt du hast und sagst, hey, das andere Produkt, was wir im Programm haben oder das neue Produkt, was bald kommt, das passt auch super für dich. Und er versorgt dich schon mit den nächsten Produktideen. Also das war hier mal ein richtig wissensgeballtes Video. Hey, ich hoffe, du fandst die Infos aus dem Video hilfreich. Wenn dem so ist, ist das auch ein Abo da. Klick auf den Abonnieren-Button, auf das Glockensymbol daneben oder Mitglied der größten Amazon FBA-Community hier. Was für eine Nachricht. Riesen Sales-Event. Ich hoffe, du kannst davon profitieren. 70 Millionen Produkte, die Alibaba daran teilnehmen lässt. Ein Großteil davon mit der 90-Tage-Tiefpreis-Garantie. Also wenn du mehr lesen willst über den Super September, den Link findest du in der Videobeschreibung. Auch neben dem Link zu dem European Pavillon mit den zertifizierten Produkten. Lass mich auch unbedingt wissen, was du davon hältst in den Kommentaren. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Erfolg mit deinem Vorhaben. Und wenn du deine Reise auf Amazon mit meiner Betreuung starten willst, unter dem Video findest du auch den Link zu meinem Amazon-Kurs. Der kommt mit meiner persönlichen Beratung. In jedem Fall vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.